hallo zu meinem heutigen video heute wie versprochen die zusammenfassung meiner challenge meine erfahrung die ich gemacht habe in diesen 14 tagen und ja positives und natürlich auch negatives ja erstmal für diejenigen die nicht mitbekommen haben was für eine challenge ich da gemacht habe die habe ich mir selber gestellt 14 tage am tag acht kilometer laufen zu gehen und zwar nicht joggen sondern ja wie wandern oder schnelles laufen kann man sagen zusätzlich zu meinem alltag also ich habe ein fulltime job da bin ich zwischen acht und zehn stunden im büro alleinerziehender vater von drei kindern das heißt ich habe einen haushalt ich muss einkaufen muss termine einhalten ich weiß auch nicht wie ich diese 14 tage am stück so einhalten konnte es war auch wirklich zwei dreimal zeitlich gesehen wirklich eng da bin ich abends bis zum 23 uhr sogar noch gelaufen um die challenge einzuhalten warum habe ich das gemacht ich habe einfach gemerkt dass ich es nötig habe was für meine kondition zu tun da ich ja jetzt auch gerne in die berge gehe war relativ schnell die luft weg und das hat mich gestört hat es was gebracht ja es hat was gebracht aber ich müsste sowie mit allem mit dem sport natürlich kontinuierlich weitermachen ja ich werde es versuchen vielleicht starte ich ja noch mal eine challenge positives ich will mit positiven sachen anfangen weil positiv sind einfach mehr dinge passiert durch dieses drei liter wassertrinken am tag was ja auch ein teil der challenge war ja habe ich am anfang erstmal sehr oft viel viel wasser wegtragen müssen ihr wisst was ich meine habe mich aber wirklich nach dem dritten vierten tag danach daran ein bisschen gewöhnt es war nicht mehr so schlimm aber ich war konzentrierter glaube ich ja doch konzentrierter ich habe besser durchgeschlafen was natürlich auch mit dem laufen zu tun haben kann hat mir einfach gut getan ja allgemein waren die vierzehn tage eigentlich sehr positiv immer sehr gut geschlafen durch das viele wasser habe ich mich auch ja hatte ich nichts zu mir gefühlt ich habe einfach weniger gegessen obwohl ich nicht darauf geguckt habe was ich es also ich habe auch mal ein eis gegessen oder ein stückchen schokolade ganz normal zwei bis drei mal am tag normal gegessen bis ich satt war und ich bin mir sicher dass ich einige kilo abgenommen habe ich habe es nicht kontrolliert aber an den hosen und an den t-shirts habe ich dann wirklich am ende so nach dem zehnten elften tag habe ich gemerkt okay das tut dir gut dein gewicht wird weniger murat ich habe mal zusammengezählt wie viele schritte ich in den 14 tagen gemacht habe 224 460 schritte das müsst ihr euch mal wirklich auf der zunge vergehen lassen 224 460 schritte und jetzt kilometer leute 155 kilometer das leicht abgerundet jetzt aber ich habe gesagt auf die 200 300 meter verzichte ich jetzt es sind genau 155 kilometer bin ich in den 14 tagen gelaufen ich weiß spitzensportler machen das innerhalb in einem wochenende aber es ist trotzdem eine tolle leistung zu dem was ich eben so noch nebenbei getan habe neben dieser bewegung ich möchte mich hier wirklich an beim dominik bedanken bei der sandra bedanken meine arbeitskollegen beim jesse der mitkommen wollte es aber nicht geschafft hat janine wollte auch mitkommen ein arbeitskollegen hat auch nicht geschafft aber sie haben alle wirklich der wille war da die waren eben zeitlich auch in einem ja konflikt deswegen hat es nicht geklappt dass sie konnte irgendwie nicht herkommen der hat auch ein youtube-kanal das werde ich mal hier unter diesem video verlinken dominik ist auch von black forest adventure der youtube-kanal habe ich schon mehrmals erwähnt ich verlinke seinen youtube-kanal auch hier drunter sandra hat keinen und janine auch nicht also muss ich die nicht verlinken und nicht zu vergessen ganz ganz wichtig bettina war zwei dreimal dabei ja hier nochmal danke an meinen schatz dass die mich da auch unterstützt hat und mit dabei war und ja mir auch die daumen gedrückt hat und mich auch aufgebaut hat dass ich das tun soll und sie fand es auch klasse dass ich das auch ehrgeizig durchgezogen habe danke danke an euch an diejenigen die mir über instagram geschrieben haben über whatsapp über facebook an alle diejenigen die mir die daumen gedrückt haben gesagt haben top das schaffst du ja hier an alle ein dankeschön bis zum nächsten mal ich bin raus euer murat